Die Abstellkammer Was ist denn los, Chris? Willst du gehen oder nicht? Aber ich traue mich nicht! Na gut, wenn du so ein Feigling bist, dann werde ich... Wir gehen gleichzeitig rein! Siehst du, warum hast du solche Angst? Hier ist doch nichts drin außer altes Papier. Dann suchen wir mal nach dem Lichtschalter. Der anscheinend nicht da ist. Das ist seltsam. Ich kann nirgendwo einen Schalter finden. Der muss wohl weiter drin sein. Das ist aber eine wirklich große Abstellkammer. Wirklich beachtlich. Äh, ziemlich groß für eine Abstellkammer, huh? Man sollte meinen Werten inzwischen das Ende erreicht. Es geht jetzt so leicht ins Creepypasta-Territorium. Hey, Chris. Ich denke, diese Abstellkammer ist irgendwie kaputt. Es sind gar keine Wände hier. Nun, wir haben hart genug gearbeitet. Wenn Alphys die Kreide so dringend braucht, kann sie sie selber holen. Verschwinden wir. Alles klar. Man hat uns nicht gesehen. Alles ist schön. Äh, was zum... Hey, das ist nicht lustig. Lass uns raus! Lass uns! Oh oh. Was passiert? Der Boden! Er... Gibt nach. Bye bye. They died. Naja, nicht wirklich. Sonst wäre das Spiel vorbei. Was auch immer da gerade passiert ist. Wo sind wir jetzt gelandet? Ouch. Wie fühlt es sich an, wenn man den Boden küsst? Wahrscheinlich nicht so toll. Und hey! Aus irgendeinem Grund habe ich stylische neue Klamotten. Sehe aber immer noch genauso motiviert aus wie vorher. Schön. Die Frage ist jetzt nur... Oh, das ist ein Speicherpunkt. Ja, ich weiß natürlich schon, dass das ein Speicherpunkt ist. Ich habe ja schon eine halbe Stunde gespielt. Manchmal siehst du einen flackern. Das Licht kannst nur du sehen. Einfach so hast du danach gegriffen und... Kannst plötzlich speichern! Und mein Name ist Kani Nagi. Der Name, den ich als... meinen richtigen Namen angegeben habe. Und ich bin irgendwo um die irgendwo. Nicht mal das Spiel weiß, wo ich gerade bin. Da steht's. Fragezeichen. Da würde dann eigentlich der Ort stehen, wo man gerade ist. Nun gut. Wir gehen dann mal. Und diese kleinen Pickel haben meine Anwesenheit bemerkt. Wie es mir aussieht. Ist da was drin? Es ist zu dunkel, um etwas sehen zu können. Es sieht aus wie ein Gesicht in der Wand. Das leicht am Sabbern ist. Aber egal. Was war das? Da war doch jemand. Und hier ist ein Auge an der Wand. Das ich nicht angucken kann. Aber das Auge sieht mich. Und das ist schlimm genug. Und da war schon wieder dieser Schatten. Und hey! Wenn ich ein Eilrad hätte, könnte ich da bestimmt hochfahren. Wie ein Pokémon. Mit dem Eilrad. Das kann man ja bei steilen Abhängen machen. Nur leider spielen wir hier nicht Pokémon. Und zurückgehen wollen wir gerade eh nicht. Und ja, das sieht schon sehr interessant hier aus. Und da ist etwas am Glänzen. Da glänzt etwas drin. Möchtest du es nehmen? Am Ende hackt es mir vielleicht die Hand ab. Aber wird schon nicht so schlimm sein. Eine Glow Shard. Ich glaube so eine Art... Wie übersetzt man das am besten? Ähm... Glühende Scherbe oder so? Nicht wirklich, aber... Jep, dieses Herz repräsentiert uns. Wenn dieses Herz getroffen wird, dann ist das wahrscheinlich nicht so gut. Du hast deinen Körper in dem Licht gebadet. Eine Kraft scheint durch dich. Die durch die Dunkelheit bricht. Jeder Schmerz, den du hattest, ist verflogen. HP wieder aufgefüllt. Zum Glück haben wir keine verloren. Und hier ist das Augenpuzzle. Dass ich jetzt einfach mal so lösen werde, als wäre es nichts. Ist ja auch gerade mal das erste Puzzle, also... Soll das auch nicht so schwer sein. Da hat sich schon wieder irgendwas bewegt. Wow! Und was sind das für... Ist gerade vielleicht explodiert. Gut. Pop. Da war es schon wieder. Ernsthaft auch, Undertale hat immer so leicht... ...creepy Aspekte gehabt, wo man meinen könnte, man spielt eher so ein Creepypasta-Spiel. Wow! Hey, hey, hau doch ab! Wenn du noch näher kommst, dann werde ich! Chris! Oh! Hey, mach mir doch nicht so eine Angst, du Vollidiot! Es sei denn, du willst was auf die Klappe haben, ha? Nun denn. Genug rumgealbert. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Äh, wo sind wir hier überhaupt? Ähm, ist auch egal. Du hast uns in dieses Chaos reingebracht, also holst du uns auch raus. Ja, klar. Du hast auch neue stylische Klamotten bekommen. Du führst uns, Chris. Werde ich. Guck mal, wie schnell... ...ich bin. Ha, möchtest du, dass das ein Wettrennen wird? Ähm. Und jetzt stehe ich da alleine. Ich komme einfach mal mit. Hui! Yay. Das ist doch ganz spaßig. Hey, Chris. Da oben ist jemand und winkt uns zu. Irgendeine Idee, was die wollen? Es ist uns auf jeden Fall nicht freundlich gesonnen. Lauf, Chris! Ich laufe, ich renne, ich fliege. Ah. Ist das nicht furchtbar, wenn man plötzlich von Peaks attackiert wird? Was könnte es Schlimmeres geben? Und weg bin ich. Chris, hier runter! Das sieht aber sehr steil aus. Und ich kann meine Richtung in alle Richtungen beeinflussen. Macht zwar hier in diesem Moment nicht so viel Sinn, aber... Hey. So ein kleines Ausweichspielchen ist ja dennoch ganz nett. Und gerade auch Undertale hat es mit diesen Bulletail-ähnlichen Passagen gerne mal ganz kreativ umgesetzt. Und plötzlich sind wir hier unten. Und Susi hat sich schon wieder an Luft aufgelöst. Was soll ich nur mit dir machen? So werden wir... Keine Freunde. Ach, da bist du ja. Hey. Oh, du bist nicht tot. Super. Irgendeine Idee, was das für ein Ort ist? Ich auch nicht. Ich frage mich, ob jemand in dem Gebäude dort ist. Vielleicht. Vielleicht. Aber auch nicht. Können wir hier reingehen? Das sieht aus wie ein Shop, aber die Tür ist verschlossen und es ist niemand drin. Und hier ist ein Fragezeichen. Das heißt, ist verschlossen. Na gut, dann nehme ich an, dass die anderen Häuser auch verschlossen sind. Die Häuser habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht kontrolliert. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich gucke, ob da irgendwas los ist. Vor dir ist ein Schloss neben einer leeren Stadt. Dort entspringt ein schwarzer Gesier. Die Kraft dieses Ortes scheint durch dich hindurch. Wir spielen schon 37... Moment mal. Hä? Da steht, wir spielen schon 37 Minuten und 53 Sekunden. Aber mein Aufnahmeprogramm sagt, wir spielen gerade mal etwas über eine halbe Stunde. Okay. Muss ich nicht verstehen. Ein Schloss? Warum zur Hölle ist da ein Schloss in der Abstellkammer? Willkommen, Helden. Wer ist da? Bitte habt keine Angst. Ich bin nicht euer Feind. Bitte kommt nach vorne, ihr beide. Willkommen. Ich bin der Prinz dieses Königreichs. Das Königreich der Dunkelheit. Chris, Susi... Da ist eine Legende in diesem Land. Eine Legende, dass eines Tages zwei Helden des Lichts kommen werden. Und eine antike Prophezeiung erfüllen werden. Die über lange Zeit erzählt wurde. Bitte, Helden. Hört meiner Geschichte zu. Und wenn das jetzt genau die Stelle ist, wo ich meine, dass dies ist, dann werde ich gleich mal nicht die Story vorlesen. Ich lasse dann mal einfach die Musik im Hintergrund laufen, weil ich die wirklich sehr schön fand. Wir hören auf jeden Fall zu. Nun gut dann. Wir hören auf jeden Fall. Wir hören auf jeden Fall. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, verzeiht mir, dass ich gerade mal kurz still war, aber ich fand die Musik und die Inszenierung so schön, da musste ich mal kurz ruhig sein. Chris, Susi, danke, dass ihr meiner langen Geschichte zugehört habt. Ich glaube fest darin, dass ihr die beiden Helden aus der Legende seid. Und dass, welche Gegner ihr auch immer gegenüber tretet. Ihr habt den Mut, die Courage, diese Welt zu retten. Delta Krieger, bitte, werdet ihr nicht euer Schicksal akzeptieren? Äh, näh. Was? Ich? Eine Art Held oder sowas? Da hast du die falsche Person. Äh, aber Susi, ohne dich, die Welt wird... Äh, was auch immer. Wenn die Welt zerstört wird, geht mich das überhaupt nichts an. Könnte sogar ganz spaßig sein, um ehrlich zu sein. So oder so, Chris. Wenn du mit diesem seltsamen Typ spielen willst, dann bleib doch hier. Ich werde einen Weg hier rausfinden. Susi, warte! Warte! Ha, ha, ha! Die Hände rennen also jetzt schon weg. Und sie wussten noch nicht mal, dass ich hier war. Mein Dad macht mich zum Sohn des Monats. Wer zur Hölle bist du denn? Ich bin... der Böse. Ihr Clowns wollt also... den Dark Fountain versiegeln. Den dunklen Brunnen. Ha? Und... Ja, euch als Clowns mir vorzustellen... die Welt vor ewiger Dunkelheit zu retten, ha? Äh... Versucht es nicht zu verbergen. Wir wissen, dass ihr nach... Osten gehen werdet. Es ist euer einziger Weg nach Hause. Aber ich, Lanza, werde euch nicht dahin gehen lassen. Und ich habe einen... ja... guten Plan, der das in die Tat umsetzen wird. Schritt 1. Ich mache euch fertig. Schritt 2. Ihr verliert. Hm... Netter Plan, Kind. Wirklich? Ja, aber... würdest du's... wärst du böse, wenn ich ihn an dir ausprobieren würde? Und jetzt geht's hier in die Kampf-Action. Wir können jetzt gegen Lanza kämpfen und... ja... das Kampfsystem ist ein bisschen anders, als man es aus Undertale kennt. Auch angesichts der Tatsache, dass wir mehr als eine Person sind und aus irgendeinem Grund schon ein dickes Schwert und eine fette Axt haben. Ja, wir können kämpfen, Act einsetzen, Items, den Gegner verschonen oder uns verteidigen. Ähm... Ja, das war ja auch mal so ein wichtiger oder bedeutsamer Aspekt an Undertale, dass man seine Gegner entweder besiegen konnte oder man hat sie verschont. Man hat quasi mit ihnen quasi ausgehandelt, dass man sie am Leben lässt und der Kampf einfach so beendet wird. Zum Beispiel, indem man seinem Gegner Komplimente macht und solche Sachen. Da gab's dann verschiedene Möglichkeiten, Gegner zu überwinden. Aber wir werden einfach mal, weil man in Undertale generell Gegner meist verschont hat, kämpfen. Hey, ihr Clowns! Dieses Motorrad führt mich zum Sieg! Oh, shit! Da hab ich jetzt nicht aufgepasst! Ich hab keine Ahnung, wie ich die Axt bekommen habe, aber das ist cool. Ist es. Und ich hab grad dicken Schaden genommen. Können wir auch, ähm... Warnungen, Kompliment überprüfen. Ich denke mal, das ist gerade mal der Tutorial-Gegner. Den kriegen wir auch so klein. Ich liebe es, fertig gemacht zu werden. Ha, nur Spaß! Wow! Diesmal nicht Kollege. Ah! Er hat dazu gelernt! Lancer denkt an Chips. Hast du jetzt schon Hunger? Die haben dich doch fast besiegt. Macht dir doch mal keine Sorgen ums Essen. Und was macht ihr danach? Ich werd erst mal ausweichen. Ja, das war doch ganz gut. Ja, den haben wir fast besiegt. Noch ein Angriff, würd ich jetzt nochmal sagen. Und das war's mit Lancer. Du hast gewonnen. Nullerfangspunkte und 33... DS. Seid ihr beide okay? Ähm... Erlaubt mir, mich nochmal richtig vorzustellen. Ich bin... Ah, kannst du nicht mal die Kutte weglegen? Ich kann dich da kaum verstehen. Ähm... Ist gut. Hallo. Hallo allerseits. Ich bin Ralsai. Chris, Susi... Es ist wirklich toll, euch zu treffen. Ich bin sicher, wir werden tolle Freunde. Also große Freunde und... Der beste Weg zu gehen ist im Osten, oder? Ja, das ist... Wo finden wir... Verstanden. Wir sehen uns in der Schule, Chris. Du, wir sollten eigentlich zusammenbleiben. Ähm... Ich glaube, dann sind wir nur zu zweit, oder? Chris, ich bin ein Prinz, aber... Ähm... Momentan habe ich keinen Untergebenen. Ich habe so lange alleine hier gewartet. Ähm... Mein ganzes Leben wartete ich darauf, dass ihr hier ankommt. Also... Ich bin wirklich froh, dich zu treffen. Ich hoffe, wir können gute Freunde werden, Chris. Versuchen wir, Susi zu finden. Sie muss nach Süden... Also South East gegangen sein, ja. Du kannst uns anführen, Chris. Machen wir. Können wir auch hier reingehen, oder ist er komplett dicht? Äh... Hey, Chris. Ich denke, wir sollten uns wirklich bei allen Susi einzuholen. Wir können hierhin zurückkommen, wenn unser Abenteuer vorbei ist. Und dann kann ich euch einen leckeren Kuchen backen. Das klingt auch nach einem Deal. Das funktioniert bei Mario auch immer, um den Protagonisten ein bisschen zu motivieren. Halsei, der einsame Prinz, ist nun dein Gefährte. Die Power von fluffigen Jungs scheint durch dich hindurch. Ja, ist doch schön. Was will man mehr? Was Schöneres könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ähm... Ja, das war jetzt der quasi erste Part von meinem Delta-Rune-Let's Play. Ich werde das Ganze, weil es so lang geworden ist, wahrscheinlich in zwei Teile geteilt haben. Also wird das Video, was ihr jetzt seht, wahrscheinlich der zweite Teil sein. Und ja, nächstes Mal geht es dann mit dem dritten Teil weiter. Und weil ich paranoid bin, speichere ich einfach nochmal. Und ja, wir haben fluffige Boys auf unserer Seite. Mein Gott, wir machen echt gute Fortschritte. Aber ja, das war jetzt der erste Part von Delta-Rune. Ich finde das Spiel bisher sehr interessant. Jetzt sind wir auch an der Stelle angelangt, wo ich dann aufgehört habe. Das heißt, nächstes Mal wird dann alles neu für mich sein. Und ich bin sehr gespannt, was noch alles auf mich warten wird. Also ich bin durchaus gut auf das Spiel jetzt eingestimmt und habe wirklich Lust weiterzumachen. Also, habt vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!